Hallo Leute, Willkommen zurück zu einem neuen Video Und Ice Cream 4 ist draußen Und ja, wir werden uns heute spielen Wir haben alle drei Teile davor gespielt Und heute ist endlich der vierte draußen Ich sagte ja, komm morgen raus, deswegen dachte ich, ich nehme den Morgen auf Aber jetzt habe ich spontan gesehen, es ist da und konnte ich erwarten Also ja, lass uns reingehen und lass uns spielen Und so bitte, ob du einen Kuss abonniert hast Denn wenn du es nicht getan hast, dann wird der Eis mal dich auch entführen Leut ich dir mir sowas nicht aus Wenn das Video 1000 Likes in der Stunde bekommt, lade ich dich gleich am nächsten Tag noch in der Folge davon hoch Bei der ersten Folge wollen wir erstmal alles kennenlernen Und ich weiß noch nicht, ob ihr Schatten rauszukommen Ayo, check dein Merch, der mich selber raus Dann gibt es ein paar Sachen, die dir bestimmt gefallen werden Okay, lass uns loslegen Ich bin das die erste Folge auf dem PC, weil Ich habe nur ein iPhone-Gerät Und auf dem iPhone ist das Spiel noch nicht da Äh, voll Flex Okay, das sollte kein Flex sein, aber ihr wisst schon Ähm, wir spielen auf Ähm, auf normal, würde ich sagen Deine Gegner Deine Gegner sind langsam Okay, wir spielen erstmal mal einfach, okay Nicht Geist, weil dann ist es kacke halt Tutorial-Untertitel Okay, das sollte okay sein Werbung entfernen Mach ich erstmal nicht Ich bin das dann Oh, jetzt kommt Werbung Okay Huuu, ich glaube, es geht los Oh mein Gott Ich kann es nicht glauben Ich habe echt länger auf das Spiel gewartet Also, ja Wo fährt er rein? Oh, er Ah Da, wo Ice Cream 3 aufgehört hat Ihr wisst doch noch Ihr habt die Folge gesehen, oder? Ich habe es zweimal durchgespielt quasi Oh mein Gott What? Von dem Gegner Was heißt das? Heißt das, dass es einfach Mehr Gegner geben wird? Oder Ich habe ein bisschen was an den Screenshots gesehen Aber Ich habe keine Videos oder sowas gesehen Ich habe keine Ahnung Bro Ich habe kein gutes Gefühl Er ist in seiner Eisfabrik Er hat sogar eine verdammte Statue von sich selbst Das ist verrückt Absolut gestört Wow Okay Er nimmt den Fahrstuhl Er ist an der Fahrstuhl Selbst erstellt Wahrscheinlich mit Seilen Und da hat er Den einen Wo sind die anderen aber? Oh Bro Wo sind die anderen bitte hin? Ich habe alle Kinder gestirbt Die dummen, dicken Kinder Was für ein Arschloch Aber Was sollen wir machen, ne? Oh Gott Der arme Kerl Aus denen mache ich Eis Wie aus denen machst du Eis? Heute pressen wir ein paar Kinder aus Oh Damn Das ist crazy Er hat alle What the hell Na sowas Kinder Ihr werdet Wie alle wieder vereint What? Ich lasse euch im Moment alleine Damit ihr eure Abenteuer sprechen könnt Okay Äh danke Aber macht euch nicht zu gemütlich Oh nein Jetzt Da ihr alle schön pummelig und dick seid Oh mein Gott Werdet ich schon bald meinen besonderen Raum kennenlernen Oh Letzten Topf Werdet ich euch auspressen Oh Okay Bro Oh mein Gott Okay Wir sind die einzigen Die noch leben Und wir haben beim letzten Mal sogar Hä Ich bin doch rausgesprungen beim letzten Mal Wieso bin ich hier? Ich so Wurde ich beim letzten Mal rausgesprungen Okay Also ehrlich gesagt Soll ich erstmal die Steuerung machen Okay So Wir haben es Jetzt lass mal versuchen Okay Das geht nicht auf Hier ist Hier ist überhaupt der Roboter Was zum Teufel Wer bist du? Ich komme hier nicht raus Warte Kann ich vielleicht irgendwas von ihm klauen? Nein Irgendwie nicht Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Warte kurz kurz Ich muss doch aber bei der Einstellung kurz was machen Okay Äh Ja Soll ich rauskommen oder was? Es geht So geht es nicht So aber So muss es gehen Oh mein Gott Oh mein Gott Er hat es noch nicht mitbekommen Huh Verdammt Oh Gott Wie komme ich jetzt am besten raus? Okay Ich mache einfach auf Okay Ich kann jetzt schon gehen Let's go Oh mein Gott Wie sehe ich aus? Ich weiß es gerade nicht Was geschieht hier gerade? Scheiße Er kommt gleich zurück Oh mein Gott Er wird gleich zurückkommen Wo bin ich? Verdammt Meine Steuerung So wir sind jetzt zurück Oh Gott Da hinten ist er Ich sage wir müssen kurz warten Bis er sich umdreht Oh nein Er kommt hier her Das ist gerade gar nicht gut Fällt ihm das nicht auf Dass ich weg bin? Oh mein Gott Was habe ich hier überhaupt? Das Rohr ist abgeriegelt Das muss von der anderen Seite öffnen Okay wo ist er? Er ist dort Er geht immer wieder nach Down zurück Ne? Okay Wir werden sie sowieso So nicht Oh nein Oh nein Wir haben eine Bombe Okay Kann ich sie benutzen? Oh verdammt Das war jetzt nicht mein Plan Und ich kann immer wieder neue Bomben bekommen Was machen die denn? Ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt Ich weiß es noch gar nicht Ich muss kurz warten Ich kann die halt auch nicht aufheben oder so Ne? Vielleicht wenn sie dagegen laufen Dann werden sie erwischt davon Ich bin mir noch nicht ganz sicher Okay er geht wieder zurück Das ist eine gute Sache Oh mein Gott Ich habe eine Idee Ich habe eine brillante Idee Ich habe eine sehr gute Idee Er sieht mich nicht Er kann mich immer noch nicht sehen Pass auf Wir gehen hier rein Oh mein Gott Geh hier rein Oh nein Scheiße Wir müssen abhauen Wir müssen abhauen Scheiße Nein Oh da unten Oh nein Oh nein Oh Gott Das Teil verfolgt mich Was ist dieses Ding? Ach du Kacke Okay das Teil ist nicht so gefährlich Wie ich dachte Das ist eine gute Sache Was passiert wenn ich ihn hier Naja wenn er hier erwischt wird Das frage ich mich gerade Ich will dass er hier gegen rennt Aber er dann Okay Wir gehen ihn hier lang Er hat mich vergessen Was zum Teufel ist passiert? Okay ich habe eine Idee Wir gehen hier lang Nein nein Er hat mich Nein Oh Ich weiß aber Ich glaube wir müssen da unten lang Oh mein Gott Noch drei Versuche um deine Freunde zu retten Ehe die Fabrik schließt Noch drei Versuche Okay ich verstehe Oh wow Okay ich weiß Ich habe diesmal irgendwie Eine andere Steuerung Ich weiß nicht genau was passiert ist Aber wir gehen ganz schnell hier lang Let's go Diesmal ist irgendwas anders Okay ich weiß da nicht was anders ist Verdammt Oh mein Gott Jetzt auf einmal klappt's Oh das passiert dann immer wieder Wieso Oh mein Gott Das ist so nervig ne Was ist denn mit der Steuerung los bitte Wir sind in einem Badezimmer Okay Ja so kann ich eigentlich ausspielen Fürs erstes Okay wie gesagt Wir spielen es eh morgen auf dem iPad dann Aber Oh mein Gott ich bin auf dem Klo Ja okay ich komme einfach durch Okay nice Ähm Fürs erstes müssen wir zusammen zufrieden gehen Weil ich spiele nicht so oft Diese Art von Spiel auf Emulatoren Weil ich sie auf dem iPad besser finde Aber das ist okay Es klappt auf jeden Fall Und das ist das was zählt So außer dass das manchmal passiert Ähm Wir können What What Wir sind halt auch dick geworden ne Wir sind halt einfach dick geworden Das ist crazy Kontrollraum Oh mein Gott Nein Was ist das Mein Gott Was ist das für einer Was ist What Du musst diese Roboter loswerden Um da rein zu gelangen Bro Was ist hier drin Oh scheiße Da will ich nicht rein Okay So So let's go Gehen wir mal hier lang Okay Ach hier sind die Okay hier sind die Ich sehe schon Aber er attackiert mich anscheinend nicht Das ist eine brillante Sache Okay Okay da ist der eine drinnen Oh mein Gott Oh Oh mein Gott What Sag mal bitte ich lebe noch Oder lebe Ja ich bin tot Ich glaube es gerade nicht Ich habe noch zwei Versuche Okay Oh mein Gott Oh Dieser ist was anderes Und zwar können wir das hier Alter Schlüssel Oh mein Gott So nice Wo ist er Da hinten Okay Wir können schnell wieder durch Let's go Oh mein Gott Wir dürfen uns also dem nicht näher Seht ihr das meint Ich bin Vorbereitung So What the hell Ne ey Was ist das hier Oh mein Gott Was ist das hier Hier kannst du den Boden nicht aufreißen Boris könnte dich finden Er heißt Boris Ich kann dir aber lang oder Oh mein Gott Ja Ach du scheiße Okay dieser Typ ist echt gigantisch Lass ich hier reingehen Oh scheiße Da ist doch einer Okay Lass ich hier Stell dir reingehen Wo sind wir Oh mein Gott Das ist ein neuer Raum Ich weiß nicht ob da irgendwas war Aber was können wir hier tun Aufmachen Hier ist nix Okay Ist hier irgendwas Nein Hier ist nur ein Käfig Huh Ist das brutal Alter Oh mein Gott Okay was ist hier Wir schauen uns ganz langsam um Weil ich hab keine Ahnung Oh nein Nein Okay Da gehen wir schon mal nicht lang Da gehen wir nur zurück Okay Na dann Ich glaub wir müssen wieder rausgehen Oder Wo ist überhaupt What Oh scheiße Oh scheiße What Oh scheiße Oh scheiße Oh mein Gott Was passiert hier Was passiert hier Was soll ich tun Ich weiß nicht was ich tun soll Was soll ich tun Oh warte Hier ist die Tür Ich komm hier nicht rein Scheiße Ich komm hier nicht rein What Eine Leiter Wieso eine Leiter Okay ich nimm sie mal Ja er sieht mich nicht Weil ich äh Weiter weg bin So Oh nein Festgeschraubt Wir brauchen also einen Schraubenzieher Oh nein Er ist dort Er hat mich gesehen Die Musik hat sich verändert Oh mein Gott Das ist crazy Das ist crazy Damn Hier haben wir den Schraubenzieher Oder andere Sachen Okay das ist ein Brecheisen Alter die Musik ist anders Oh mein Gott Let's go Die ist geil Können wir hier auch runter Ja Wir können hier auch runter Ich frag mich ob wir uns Irgendwas brechen oder nicht Oh mein Gott Er kommt hier hoch Okay Wir wollen runter gehen Let's go Let's go Das würde nicht klappen Was tue ich hier Ich hab keinen Schraubenzieher Ich hab keinen Schraubenzieher Das ist Oh das ist keine gute Idee Ja an der Wand festgeschraubt Das wird nicht funktionieren Das wird nicht funktionieren No No Er ist hier Oh mein Gott Scheiße Scheiße Kuh Können wir noch was anderes nehmen Natürlich nicht Oh mein Gott Er ist dort Was soll ich tun Ja er ist schneller Oh mein Nein Nein Falscher Weg Oh Oh mein Gott Ich weiß was ich tun soll Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung Wieso ist er so schnell Okay Hier runter Gibt es hier nicht irgendwas Irgendeinen Schraubenzieher Oder so bitte Es muss hier irgendwas geben Ich schwör Okay wir kommen so nicht rein Es klappt nicht Ich finde da die richtigen Tools nicht Oh mein Gott Die Steuerung Oh nein Ich bin tot Die Steuerung Die macht mich gerade fertig Ich bin tot Die Steuerung Oh mein Gott Bitte Das Umsehen ist das einzige Problem Was ich habe Sonst ist die Steuerung perfekt Aber ich weiß nicht Das Umsehen bekomme ich Irgendwann nicht so ganz hin Oh mein Gott Ich hab's weggeworfen War vielleicht die bessere Entscheidung sogar Ich werf's nochmal weg Weil das brauch ich jetzt Definitiv gerade nicht Bitte Gib mir doch einen Schraubenzieher Scheiße Ich hab keinen Schraubenzieher Okay das ist ja nicht gut Okay Wir müssen nochmal zurückgehen glaube ich Lass uns mal komplett zurückgehen Wir brauchen einen Schraubenzieher Um da reinzukommen Aber da bin ich ja auch nicht sicher Vielleicht ist das Blecheisen Ja für andere Sachen Dafür folgt er mich noch Oh mein Gott Scheiße Bye Oh nein Der hat mich auch gesehen Oh mein Gott Das rot Ach du Kacke Ist hier jemand Er ist hier immer noch Ne Das sind aber halt keine Schraubenzieher Seht ihr das meine ich Irgendwie mit dir umsehen Ist das so ein bisschen Scheiße Oh mein Scheiße Jetzt bin ich tot Ja das war's Also ich kann euch jetzt schon garantieren Dass es das Ende ist Oh warte Vielleicht das Hier vielleicht Das irgendwie runter machen Oder so Das muss doch irgendwie Im Weg geben oder nicht Das kann doch nicht wahr sein Und er ist schon wieder da Er ist schon wieder genau neben mir Bro ich weiß nicht Wie er mich nicht erwischt hat bis jetzt Aber irgendwie lebe ich das noch Ich kann jetzt im Kreis laufen theoretisch Aber es bringt mich ja nicht weiter Im Kreis laufen bringt einen nicht weiter Ich denke das sollte man wissen Oder Das sollte ich auch wissen Ja definitiv Okay das kann ja nicht sein Das war's Kacke Alter Okay ich gehe trotzdem hier durch Ist mir jetzt egal Wir müssen mehr Sachen finden Let's go Let's go Wir müssen nicht mehr Sachen finden Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Warte Den Schraubenschlüssel habe ich doch bekommen Du wirst mich niemals bekommen Du nicht Schraubenschlüssel Niemals in deinem Leben Da kannst du so viel Keine Ahnung was holen Wie du willst Scheiße Wo ist der Schraubenschlüssel Oh mein Gott wo ist er Er hat mich ne Er ist hier irgendwo Scheiße Ich kann nicht Seht ihr das meine ich Oh mein Gott Wir haben die Arschkarte Aber wir leben noch Keine Schraubenschlüssel Hier leider Scheiße Der eine habe ich ja bekommen Aber Okay die Kleinen sind nicht so gefährlich Die geben nur Informationen Oder Ich glaube nicht dass die mir Irgendwas antun können Lass aber weggehen Hier lang Lass mal hier reingehen Hier waren wir noch gar nicht Was finden wir hier Und können wir hier irgendwas machen Ich habe zwar ein bisschen Angst Dass er kommt Aber Bis jetzt funktioniert es noch ganz gut Bis jetzt leben wir noch Perfekt Oh Perfekt Das ist genau das was ich brauche Nein nein Diese dumme Steuerung Ich freue mich das schon Auf einem iPad zu spielen Beim nächsten Mal Okay So So Beil dich Nice Nice Okay Oh mein Gott Machen wir schnell die Tür zu Mach schnell Oh verdammt Nicht schon wieder So Tür zu Nice Tür ist zu Hier ist nichts drin Hier muss irgendwas sein In diesem Raum 100%ig Ah nein Tust du mir was an oder nicht Ja Okay das geht aber Das geht aber man Man kann gut wieder aufstehen Da ist irgendwas drin Noch 100%ig So machen wir das mal Jetzt kommt Rod hier her Das ist das Problem Die Stelle ist halt so groß Dass Naja Rod hier einfach so herkommt Ne Hier ist Ähm Okay Uh Eine Trophäe Für die besten Eishersteller Okay das ist was genau Ein Stempeltacker oder so Ein Stempelding Okay Interessant Uh hier ist ein PC YouTuber Name Danny Justin So heiße ich Danny Justin Week Danny Justin Woche Okay Äh keine Ahnung was damit gemeint ist Aber Ja Oh Gott Die wissen wahrscheinlich dass viele YouTuber das spielen Okay hier ist nichts What hier ist Eis Rosa Eis Ja okay Was mache ich damit Hm Okay wir haben hier Eis Wir haben einen Stempel gefunden Okay was haben wir hier noch Hier sind sehr viele Sachen In diesem Raum Was schon sehr luxuriös ist Also die Könnten wir natürlich verwenden Aber Okay Oh verdammt Oh nein Kommt Rod Oh nein er ist hier Wir müssen fürs erste abhauen leider Also ich komme nochmal zurück So ich muss Okay ich weiß Ich weiß wie ich es mache am besten Ich weiß wie ich es jetzt mache Okay Perfekt So ist gut Okay dann wollen wir mal Uns hier umschauen Ob wir hier noch mehr Sachen finden Hier ist nichts drin Okay Und der Typ ist da immer noch Hm Interessant Dann würde ich sagen Wir benutzen einfach mal die Hilfe oder Wäre das eine Idee Das sollte eine Idee sein oder Und zwar Hier Gelang in den Ähm Oder wisst ihr was ich habe eine Idee Ich habe eine sehr gute Idee Und zwar Wir werden Oh scheiße okay Er hat mich Ey die Musik Die neue Musik ist so geil ne Ist verdammt crazy wie geil die neue Musik ist Let's go Okay 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 So wir gehen nochmal zurück Und werden jetzt erstmal Versuchen da unten zu gehen Und da Puzzle zu aktivieren Genau hier Und jetzt aktivieren wir die Puzzle Äh wenn es gehen würde Gerade geht es aber nicht So jetzt geht es Okay Also wir sollen anscheinend zum Kontrollraum gelangen Also Ja wir müssen hier mir etwas geben Ne Lass mal gucken worum geht es in diesem Rätsel Boris bewacht den Turm zum Kontrollraum Soll er in deine Falle tappen Musst du dich auf die andere Seite des Loch stellen Und mit einer sehr mächtigen Waffe auf ihn schießen Dann kommt er einfach auf dich zu Ja okay aber mit einer sehr mächtigen Waffe Lass mal sehen Brecheisen ist keine mächtige Waffe Elektrisches Gewehr Das ist eine Waffe Ah dann fällt er da rein Okay ähm Bring es mir Bring mir Das hätte ich möglich Ähm Ort Wo ist dieses Item Okay es ist hier Bei Frosty Warte mal kurz Bring es mir geht aber nicht Radar Ah ist auch nicht möglich Ja vielleicht ist das ja gar nicht Mit einer Waffe Soll ich mich da hinstellen Hm Was könnte doch eine Waffe sein Ich hab keine Ahnung Ehrlich gesagt Das ist gerade problematisch Also die Rätsel hier sind ein bisschen komisch Auf jeden Fall Ich weiß ja wo das Rätsel ist Also ich muss das nicht machen Oh scheiße Was Was Ich kann mich nicht bewegen Oh Ich kann mich nicht bewegen Oh Das war so lame Was passiert hier gerade Wirklich Ich weiß nicht was passiert ist Wirklich nicht Oh wir haben eine Filmsequenz Okay Wir sitzen da Äh das war's Ja wir einfach nur eine Kamera Okay Verdammt ich hab noch ein Leben Also die und ich glaube ich hab noch zwei Leben oder Ich weiß nicht genau So ich hoffe jetzt wird es ein bisschen besser sein Hoffe ich einfach mal Ich glaube ich hab es ein bisschen besser hinbekommen Okay Jetzt müssen wir nochmal hier irgendwie rauskommen Dieses Mal ist es Äh Hier Was Äh Das ist ein Symbol Keine Ahnung was das zu heißen hat Aber irgendwas können wir hier machen bestimmt oder Warte mal Beim letzten Mal gab es die ganze Zeit Gegenstände Dieses Mal nicht Okay Das ist Ist halt immer wieder anders Ne Ah Das ist ein Stift Nice Wir haben einen Stift Und mit dem können wir Das Schloss tatsächlich knacken Okay Crazy Okay Ähm Das ist sehr schön auf jeden Fall Scheiß drauf Scheiß drauf Ich geh jetzt einfach hier lang Oh er hat mich nicht gesehen What Oh mein Gott Was geschieht jetzt hier Bitte hör auf Oh mein Gott Okay Ja Emulatoren ne Ist okay Ist in Ordnung Wir kriegen das hin Wir kriegen das schon hin Hier war nix ne Anscheinend gehen die auch nicht hier unten durch So wie es aussieht Ist ein sehr interessanter Fakt Und wir sind wieder an meiner Lieblingstelle Ganz ehrlich Dieser Typ Ist ein verdammter Badass Das kann ich euch schon mal sagen Der Typ weiß auf jeden Fall was er will Okay Ich sehe Ich sehe Okay Alles klar Dann müssen wir hier vorsichtig sein Er wird auf mich zukommen Und dann wird er hier Okay Ich sehe dich Ich sehe dich Was ist hier eigentlich oben rechts Weiß nicht genau Auch da wo wir sind Ah Das ist die Stelle wo wir sind Interessant Okay Okay Crazy Verstehe Ich weiß nicht ob die Sachen jetzt irgendwo anders sind oder nicht Das führt wieder zu ihm Oh mein Gott Ganz ehrlich Wir haben ein paar Problemen Oh Bye Bye Wir sehen uns Oh Gott Er ist hier Er versucht hier lang zu laufen Vorsichtig Wo läuft er lang Oh nein Oh nein Er hat die Tür aufgemacht Oh kacke Oh nein Er kommt wieder zurück Wieso kommt er zurück Ich verstehe das nicht Oh Gott Oh mein Gott Ich sehe ihn Alter Irgendwie sieht er süß aus Wieso sieht er süß aus Er sollte nicht süß aussehen Nein Er hat mich gesehen Okay Er hat mich gesehen Ich bin halt einfach nur dankbar Dass mich der Große nicht attackiert Er sieht so geil aus Einfach der Große Ich meine nicht auf diese Art und Weise Aber ihr versteht schon Was ich meine Wenn ich das sage Oder versteht ihr das Oh Gott Oh Gott Okay Lass uns doch mal hier reingehen Ich warte gerade nämlich Bis Oh warte Ich habe eine Idee Wir können ja hier drauf tippen Und dann einfach mal gucken Die Zeit hört an oder Ja ich glaube die Zeit hört an Trophäe ist das Lass mal gucken Wofür Eine Trophäe Für den besten Eisersteller Der obere Teil ist wie ein Oh mein Gott Ein Stromdreh ist das Oh Der obere Teil ist wie ein Stromdreh Oh Oh mein Gott Zum Glück habe ich es gefunden Zum Glück habe ich es gefunden Okay Wir müssen Oh Ich habe die ganze Zeit Angst vor dem Typen Das sieht so gefährlich aus Aber das ist so geil einfach der Typ Wirklich Ich feiere den mega Okay wir müssen hier lang gehen Oh scheiße Manchmal ja das kann passieren Okay Dann müssen wir nochmal zurück zu Rod gehen Er wird sehr wahrscheinlich unter sein Blödes Ding gehen oder Wo ist er hin Wo ist Rod hin Rod Rod Oh Gott Ich frage gar nicht erst Geh hoch So geht doch Okay und jetzt Komm schon Ja Es funktioniert Es kann sich glauben es funktioniert Let's go Okay 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 wir haben es Okay Jetzt noch das andere Langsam aber sicher So Aha Einmal drücken reicht also Und wir haben es Uh das neue Gegend Endlich sind wir weitergekommen Endlich Oh Gott ich habe mich erschreckt Ich sagte das wäre gerade von der Sekunde Rod Was ist das für eine What Ist das eine Hä Okay das ist einfach draußen Ne Oh no What Ein schwer zu fassender Junge Hoffentlich geht er nicht zu weit Soll etwas passieren Werde ich meinen Mini Rod es wissen lassen Ausdruck des Beschwerens What Oh Oh nein Was tut er da Was tust du da Ich meine Oh Gott Ich habe keine Angst Vor deinen Robotern Jetzt am besten den Truck fallen lassen Das wäre die Option Nein Ich weiß nicht die Lösung für alles Okay warte Wir sind hier Okay was sollen wir hier Oh no Da ist ein weiterer Ist das Ist das dasselbe Könnte dasselbe sein Kartenlesegerät Oh Gott Okay Da müssen wir kurz gucken Was ist hier Gar nichts Mehr Kartenlesegeräte Ganz viele Kartenlesegeräte Für die ganzen Teile Okay das ist crazy Ähm Was ist das hier Wow Wo sind wir Hier ist ein Schloss Da können wir nicht rein Hier ist ein Schließwach Da ist aber auch nichts Okay Das geht nicht auf Ich lasse mal es fallen Oh scheiße Ähm Was Hat er mich nicht gesehen Ich weiß nicht genau Ob das dasselbe ist Wie die anderen oder nicht Ich habe nicht wirklich eine Ahnung Ehrlich gesagt Aber ich werde es akzeptieren Natürlich Ähm Das ist gerade nämlich crazy Was hier passiert Okay warte so Wow 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 Okay Was Was Ausgang Ausgang Ne Wie Ausgang Okay Wow Dann ist es Weak Lol Lol Okay What Mein Ich bin im Spiel Ich schwör Okay Hier geht es nirgendwo rein Wieso weint der Okay Jetzt lass ich mal weinen What the hell ist hier Was ist hier Ausgang Okay ich meine wir wollen ja anscheinend rausgehen oder Oh my god Geht es hier rein ja Was ist das hier Was ist das hier Warte waren wir hier nicht schon mal Trophäe Sinn Oh scheiße Ich weiß nicht was ist irgendwie diese Dinger Können ja bestimmt an andere Orte gehen oder nicht Oh god Oh hier geht es noch What Noch ein Weg Wohin führt der jetzt Oh scheiße Oh my god Hier stand die ganze Ausgang Aber wo Seine außergewöhnliche Begegnung mit dem Schöpfer War unumgänglich Sie sprach in Augenhöhe Tauschen Worten Weiß halten aus Dabei entstand eine Best Rezeptur der Geschichte der Menschheit Ja so geil Dass es sogar alle fett macht Geil alter Hier sind so viele Sachen Keine Automat Keine Tätigkeiten Okay das ist so crazy Wie viele Sachen es hier gibt ne Ich weiß gar nicht wo ich zuerst reinschauen soll Geht euch das auch so Das ist crazy Hier Ich kann einfach nicht glauben dass ich im Spiel bin Das ist irgendwie der Wahnsinn Schloss Na gut lass mal kurz gucken Was für ein Item wir dafür brauchen Jetzt bin ich mal gespannt Hier geheimnisvoller Schlüsselort Oh my gosh Also das ist hier Radar Kann ich Radar geht's Radar ist Erhalte die besondere Berührung Jetzt verstehe ich das gar nicht Radar Ich hab doch Radar Hä Ja gut Oh my god Wird mir das nicht angezeigt jetzt Wo ich hin soll Oh god Okay wird anscheinend nicht Okay Leute wisst ihr was Ich werde das Video vorhin mal stehen lassen Weil Das wäre heute wie gesagt nur spontan Wenn das Video heute noch hochkommen soll Dann ja wir werden morgen weitermachen Also für mehr davon lass mal oben da Abonniert Kostensaktiviert die Glocke Und wir sehen uns im nächsten Video Und check meine Mözelbeschreibung aus Also bye Bye